Musik 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 Okay, okay, wir geben es ja zu. Auch wir begannen unser Projekt erstmal ziemlich verschlafen. Wir steigerten unseren Arbeitsansatz und unsere Geschwindigkeit jedoch je nach Zeitdruck zum Teil enorm. Unsere Gruppe war schnell gefunden und jeder durfte sich nun überlegen, was wir tun sollten. Beim nächsten Gruppentreffen trugen wir zusammen. Gunnar wollte eine Bachrenaturierung in seiner Gemeinde visualisieren. Ich, ein Baumkataster für meine Gemeinde erstellen und Peer, noch ganz in seine Diplomarbeit vertieft, wollte ein Fledermausprojekt starten. Jeder von uns war natürlich extrem überzeugt von seiner Idee und keiner wollte sich die Butter vom Brot nehmen lassen. Trotzdem konnten wir uns ohne großen Streit für ein Thema einigen. Wir versprachen uns von der Fledermaus-Sache ein großes Potential und wählten deshalb die D3. Musik Das Fledermausprojekt sollte es also sein. Peer hatte Kontakt mit der Uni Tübingen aufgenommen und Herr Professor Müller nahm sich unsere an. Ihn interessierte das Vorkommen von Wochenstuben, also Kinderstuben, Deutschlands größter Fledermaus, in Bezug auf das Vorkommen von Jagdhabitaten im Wald. Und genau diese Jagdhabitate, fordrucksweise Halmbestände, sollten mit GIS dargestellt werden. Nun auf zur FAA, Daten besorgen. Unsere Forderungen, Daten über sämtliche Waldflächen, nein fast sämtliche Waldflächen Baden-Württemberg. Von der Bodenauflage bis zum Grundschluss. Die FAA korrigierte unsere Vorstellungen auf ein realistisches Maß herunter. Musik Zum Schluss gab es von 3 statt 200 Standorten Daten und leider nur vom Staatswald. Aber immerhin. In der Zwischenzeit waren wir realistischer geworden. Hier zeigt Konzertprofessor Müller die Wochenstube in Gülstein. Fünf Minuten heiß machen. Musik Eine Minute Gänsehaut. Musik Alles für diesen Moment. Motiviert geht es nun zur FAA. Musik Noch ein bisschen recherchieren. Musik Musik Aha, wichtige Erkenntnisse gewonnen und die dann auch gleich umsetzen. Musik Noch ein bisschen konvertieren, reklassifizieren und exportieren. Schnell noch eine Homepage und ein Poster erstellt. Die Präsentation durchgesprochen und schwupps, fertig das alles. Musik Hier sieht man, wie wir mit Hilfe der raschen Analyse unsere Eingangswerte verrechnet haben. Musik Der hellgrüne Bestand wurde durch neu hinzugerechnetes Totholzvorkommen aufgewertet und ist jetzt dunkelgrün. Musik Musik Zum Schluss möchten wir uns natürlich noch bedanken, vor allem bei unseren Eltern, bei Esri für ArtGIS, bei den Mobilfunkanbietern, bei Herrn Sittel, Herrn Schmider, Herr Müller, Markus, Christoph und allen, die mir jetzt vergessen haben. Musik 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 Musik